Heute bin ich im Gespräch mit Frau Katharina Kowalski und Herrn Steffen Pöhlmann. Beide sind bereits an der Akademie der Denker aktiv. Frau Kowalski hat vor etwa zwei Jahren hier über Psychologie und Hypnose referiert und Herr Pöhlmann ist aktiver Teilnehmer unserer Akademie der Denker. Im kommenden Semester bieten beide zusammen ein Blog-Seminar zum Thema gesundes Menschenverständnis an. Ich habe vor guten zwei Jahren schon mal eine Vorlesung gehalten bei der Akademie der Denker. Da war der Hintergrund schon, dass ich einen Beitrag leisten möchte, dieses schlechte Image der Hypnose, was ja allgemein bekannt und üblich ist, zu minimieren, auch zu verdeutlichen, was kann Hypnose alles, welche Möglichkeiten stehen uns da eben offen. Und das, was ich da gerne nahe bringen würde, ist das Ergebnis tatsächlich einer Phase in meinem Leben, in der ich Zeit hatte, mich wieder mal mit Psychologie zu beschäftigen, weil ich zwar klinischer Psychologe bin, aber die letzten bis vor zehn Jahren ungefähr mich eigentlich eher mit Wirtschaftspsychologie, Kommunikation, Marketing, Markentechnik und solchen Dingen beschäftigt habe. Das, was in diesen Jahren ich mir aneignen konnte, sind alles Dinge, die ich so in meinem Studium überhaupt nicht erfahren habe. Ich denke mal, das kann sich unheimlich gut ergänzen, diese Methoden. Ja, was unsere Teilnehmer ja immer besonders interessiert bei solchen aufeinanderfolgenden Seminarterminen. Was ist, wenn man jetzt ein oder zwei von euren Seminarterminen verpassen sollte? Das ist natürlich ein Riesenproblem. Nein, also wir haben im Vorfeld ja auch über diese Thematik gesprochen. Ich werde versuchen, meinerseits da tatsächlich immer ganz kurz nochmal ins Gleis zu hieven und den Anschluss herzustellen für diejenigen, die eben letztendlich den Anschluss nicht hatten. Insofern ja und nein. Es geht die Welt nicht unter. Auf der anderen Seite ist es aber sicher hilfreich, weil es natürlich schon eine gewisse innere Logik verfolgt und insofern didaktisch nicht ganz wurscht ist, ob man da jetzt vorher schon dabei war. Das ist uns eben ganz wichtig, dass wir wirklich auch nah an den Zuhörern sind. Und da, ich denke mal, da ergibt sich auch nochmal ganz vieles, was da eben in dieser Vorlesung einfach nochmal aufkloppt, aufkommt, dass man da dann einfach nochmal direkt die Sachen eben ansprechen kann. Ja, ich freue mich drauf. Und damit ist natürlich auch die Frage zur Übrigung geführt, weil immer wieder auch Teilnehmer fragen, ja, ich kann ja da nicht, wird das aufgezeichnet? Ganz klares Nein in diesem Fall. Denn da werden mit Sicherheit auch Inhalte besprochen werden oder ja thematisiert werden, die einfach nicht für die Öffentlichkeit oder auch für andere, die das jetzt nicht direkt dabei sind, bestimmt sind. Das, denke ich, ist auch für jeden nachvollziehbar und verständlich. Wir freuen uns auf das Wintersemester. Herzlichen Dank.